Ja, stürzen wir uns in die Action. In die Action. Ach, die Aktion regt mich auf. Energiezahlen. Ledergurte. Großes Buch der Wissenschaft. Ne, warum nicht? Das ist die Wissenschaft ein bisschen mehr. Was sollten wir hier sein? Hier können wir nichts bedienen. Schade. Habe ich gerade nur Red Kakerlake hier oder warum? Die könnten über mir sein. Stiebe. Egel. Level erhöht, ha. Wäre jetzt gedacht. So, drei Punkte auf Wissenschaft. Die brauchten wir noch. Dann Dietrich. Wo haben wir da? 55 Punkte reparieren. Sprengstoff. 35. Reparieren lasse ich erstmal. Ich verlieg gerade. Ich mache noch auf Dietrich. 75 Prozent. Kann man schwere Schlösser auch machen. Haben wir was Neues. Bleimagen. Blutiger Tod. Härte. Reuermann. Nee, eigentlich nicht wirklich. Versöhnen. Fertigkeiten. Fertigkeiten. Wissenschaft und Medizin. Nachkauf. Jetzt haben wir so lange keine Rang mehr aufgestiegen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich mache. Bleimagen. Würde sich eigentlich lohnen bei dem Zeug, was wir mal trinken. Dieb. Schalksträger ABOUT Sensives Training. Wann Spezialsache. Eier Kopf. Normal. Nee, nee. Insektenforscher. Eier. Ach. Das ist nicht so wirklich das, was ich haben will. Warum fehlt mir Kit im Herzen? Fehlt mir ein Charisma Punkt oder was? Na ja Kann ich den Blei machen Ich meine die Fähigkeit würden wir dann auch nutzen öfters Gib mir dein Essen Kronkokmine Mitnehmen Wechselkasten Alpmetall Wechselkasten Alpmetall Das sind so Module Herrgott, nehmen wir mal elektrische Leiter mit Propco Overwall So oft denke ich mal gibts die nicht Wir brauchen ne Dampfanzeige mit Ja Dir gehts gut oder? Kronkokmine Was brauchen wir dafür? Zwei Sherry Bombs Sensermodule und Lunchbox Keine Ja Ja die haben wir ja verkauft nämlich Hey 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 Aber diesmal habe ich Erfahrungskunde wenigstens mitbekommen Kriegst gleich die Dampfanzeige hier Zusehen Zusehen Follow 3 Für die Leute die es nicht mitbekommen haben Aber ich denke mal hat die da mitbekommen Beziehungsweise oben gelesen Was haben wir hier noch Was haben wir hier noch? Hier sind wir ganz oben Hier ist ein Raum voller Staub Glühwürmchen Keine Ahnung Es ist jedenfalls hell Und es irritiert mich Die Wahn war doch schon oder? Zum bis unten God Ihr verwirrt mich Ernst Spaltungsbatterie Ernst Spaltungsbatterie Aber auch nur runter Laufen wir doch mal zurück Kann sie sich ja auch nur verlaufen Von wo? Da! Eine Tür Der waren wir glaube ich noch nicht drinnen Büro und Cafeteria Warum nicht? Die schauen wir nochmal um Was haben wir hier? Oha! Meine Kraft übersteigt meinen Vorstellungen Gut Gehen wir halt zu den Büros und zu der Cafeteria Würde ich sagen Schauen wir was da drinnen ist Noch mehr Kakerlaken Ich werde sie so richtig schön fertig machen Wie willst du denn fertig machen? Die sind alle tot jetzt Wohl das noch irgendwas Hab ich grad ne Mine gehört? Komm her Ich setz den Schlag aus Und der fällt schon vor Was haben wir hier? Cherry Bomb Cherry Bomb Lego am Stiel Lunchbox Nehmen wir einfach mit Beile Kamerker Gewicht Fünferkugel Brauchen wir nicht Achterkugel Sie sind überlastet Und können nichts mehr mitnehmen Warum stehen wir hier rum Wenn es überall jede Menge Action gibt Kannst du den Spruch bitte lassen? Aber gern Lassen sie sehen Was sie haben Elektrische Leiter Gebe ich dir schon mal Wo ich das grad schon gesehen habe Abfestig nicht Die könnten wir aber rein theoretisch nehmen Hilfe Kernspaltungsbatterie Lunchbox Eh kein Gewicht Das hat Gewicht OP Schlauch Schraubenschlüssel Sensormodul V-Linksbuch kriegst du auch Auch wenn ich nicht glaub das du lesen kannst Dampfanzeige Hier Die kannst du behalten Mein Pack Esel Komm mit Stürzen wir uns in die Action Du kleiner Muli Und hier nehm ich auch nochmal die Luca Cola mit Was haben wir hier im Kühlschrank? Alles mitnehmen was nicht nico nagelfest ist Solange man uns da essen kann Robtofactory Floor Von der kommen wir doch oder? Von der Tür Ich mach mir gegenseitig Angst Red Kakerlaken vielleicht Hier haben wir doch überall Gegner Auch wenn es vielleicht nur Red Kakerlaken sind Wie die hier Mein Pack ist doch ganz okay so Öffnen wir die Tür nochmal Oh So Brrrr Und keine Erfahrungspunkte oder? Doch Hab ich Oh Hier geht's hoch Ich weiß gar nicht ob wir die Etage schon überprüft haben Blechkasten Gehen wir aber auch mal mit Bei zwei gebrauchen Wow Oh 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 Achso Achso Die ist auch tot Red Kakerlake Und ich frag mich Und ich frag mich ob der Bleimagen nicht nur bei Wasser wirkt Sondern auch hier bei sowas Dandy Boy Äpfel Nein Eichenchen am Stiel Sieht cool aus das Bild Die Woche Das große Buch der Wissenschaft Lügen im Kongress Kartoffelchips Aber ack Orreaux Rattenfleisch Alles essen Schon mal So lange Einfach Keinen Stimpaks brauchen Brattkakerlakenfleisch Los Einfach Essen Strahlung steigt zwar jetzt in langsam in die höhe aber egal Hm, was haben wir hier? Teilkisten. Vorkriegsgeld. Hey, soll ich den Aschenbrenner geben bei den... äh, Aschenbrenner... Aschenbecher? Schachtezigaretten, leere Coca-Cola-Flasche, nicht mehr Interesse, Schreibtisch, Vorkriegsgeld. Was machst du eigentlich schon wieder? Oder wo bist du? Bin bestimmt dort, wo viele Gegner sind. Könntest du nicht einfach hier alle kleine Gegner töten? Den macht man nicht. Die sind alle hilflos. Was der einmal hier macht, ich weiß es nicht. Ich brauche nur zwei Schläge. Mein Gott, was der hier alles für individuelle Leistung macht. Je, wir wollen unten noch ein bisschen erkundschaften. Jetzt komm mit. Versteh ich dich nicht, Junge. Ich nehme noch mehr als genug zu tun. Wenn man die erste Hilfe kasten, den hätte ich fast übersehen. Da sind Stimpics drin gewesen. Ja, alles leer. Der Legion Durchsucht, ne, hatte ich noch nicht. Energiezellen. Schreibtisch, war glaube ich nichts drin noch mehr Interessantes genau. Du verwisst mich total. Ich muss doch wissen, was ich hierhin durchgesucht habe und noch nicht. Die Sachen sind leer. Lass uns rausgehen. Wir können gleich die nächste Etage gehen, aber jetzt noch nicht. Schreibtisch. Ich hab' meinen nicht. Ach! Auf, auf! W-iva dich gerade getroffen, oder? Ha-ha-ha-ha. Passiert ja. Wenn du mir die Erfahrungspunkte wegnimmst... W-ups, was war das? Verbranntes Buch? Ich wollte eigentlich den Abgeschritten öffnen. Ah, ist leer. gut hier oben irgendwas noch drinnen hier nichts ok hier oben auch nichts aber hier haben wir noch eine metallkiste leer also nichts interessantes hier haben wir noch einen schreibtisch luca cola und den leeren abgeschockt und komm mal mit was haben wir hier ganz viele tassen und ganz viele blande bücher großes ruiniert das buch schreibtisch leer ja komm mit diesen radio auf jeden fall waren wir hier noch nicht gewesen wo ist dieses radio radio da aus mit ihr zerstört mir noch meine let's play dieses radio vor allem im moment auf jeden fall haben wir den ganzen ohr schön gleis nägel war es mit nico tesla und sie bringt glaube elektrische waffen öffnen schreibtisch ja ich weiß wird vielleicht jetzt nicht so interessant wenn wir hier alles blunder jetzt haben wir einen aschenbecher mitgenommen aschenbrenner schon wieder dann wird ihr gleich geben schon wieder ein roboter drin ja wie gesagt wirklich so interessant aber wie können wir schon was mitnehmen können oder nehmen wir es mit wir sind schließlich ein dieb und ich denke mal hier beim wagen das solltet ihr nicht auf mich schießen junge aber wir können gleich mal hier nutzen um uns zu heilen mit unserer neuen fähigkeit gut aber das erledigt und ja nur eine tote kriterlake ist eine gute kriterlake ja aus der toilette könnten auch trinken lassen wir mal so schlimm geht es uns noch nicht dass wir das machen müssen jetzt nichts interessantes und hier waren wir glaube ich schon mal hier sind wir doch reingekommen die tür ja da könnten wir in die nächste etage gehen wir können auch hier reinkommen wir hier noch was interessantes haben tränkelese eine art kaffeterie ist das hier oder war es zumindest mal also essen würde ich hier nicht mehr Junge das ist bloß eine kleine kakerlake ich weiß nicht was du überhaupt mit deiner waffen machst bei kleinen kakerlaken ich werde sie so richtig schön fertig machen ja ich weiß ähm gut dann werden wir nächstes mal einfach oh hier könnte noch was interessantes sein wie hier ähm aber nächstes mal geht es in die zweite etage dann hoch oder dritte etage und werden wir mal schauen was ähm oben alles so ist bis dahin euch noch einen schönen tag tschau